Ein echter Sonnenschein. Der dreijährige Emil beim Spielen mit seiner Mutter. Drei Tage ist es jetzt her, dass Farina Bernsen ihren Sohn das letzte Mal im Arm gehalten hat. Emil ist verschwunden. Sein norwegischer Vater hat ihn gegen den Willen der Mutter mitgenommen. Wir versuchen alles, was wir können im Moment. Und ich versuche da positiv zu bleiben. Und einfach daran zu denken, dass hoffentlich alles gut ausgeht und der Emil bald wieder da ist. Am Dienstagmorgen verlässt Farina Bernsen das Hotel in Stuttgart-Veyingen, in dem sie zu diesem Zeitpunkt wohnt. Emil trägt sie auf dem Arm. Auf dem Parkplatz wird die 31-Jährige von einem Unbekannten und ihrem Noch-Ehemann abgepasst. Er hat mich von hinten gepackt und hat mich mit dem Kopf gegen das Parken der Auto geschlagen. Und dann ist mir schwarz vor Augen geworden und ich habe wohl einfach losgelassen wohl. Und dann, das Nächste, was ich weiß, ist, dass sie auch schon losgerannt sind, hier Richtung Ausfahrt. Da parkte wohl schon ein Auto draußen mit laufendem Motor. Das habe ich mir sagen lassen, das habe ich nicht mitbekommen. Die sind auf die Rückbank und sofort losgefahren. Ich komme mir vor wie in einem Horrorfilm. Das war mein größter Halbtraum. Und ich komme mir vor wie in einem ganz arg schlechten Film. Farina Bernsen bleibt leicht verletzt zurück. Die Fahndung nach dem 28-jährigen Vater und Emil läuft. Der Ermittlungsstand ist so, dass wir mittlerweile Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vaters haben. Er befindet sich mutmaßlich in Norwegen. Die polizeilichen Ermittlungen dauern nach wie vor an. Wir suchen auch noch das Fahrzeug und den unbekannten Begleiter, der den Vater mutmaßlich unterstützte, am Dienstag früh in Feingen. Und was weiß man über den Verbleib des Kindes? Wir gehen davon aus, dass sich das Kind beim Vater befindet. Nachweisen können wir das natürlich zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Noch am Dienstag veröffentlicht eine Freundin von Farina Bernsen einen Suchaufruf bei Facebook. Viele tausend Leute klicken, gefällt mir, um die Seite in dem sozialen Netzwerk zu verbreiten. Hintergrund des Falls? Ein internationaler Sorgerechtsstreit. Nach der Trennung der Eltern im September verfügt ein norwegisches Gericht, Emil solle je fünf Wochen beim Vater und eine Woche bei der Mutter verbringen. So lange, bis das Sorgerecht verhandelt sei. Als Emil im Oktober seine Mutter besucht, taucht sie mit ihm unter. Das wussten alle, also Kripo, Jugendamt und die Gerichte, außer ihm natürlich, weil der Schutz war ja vor ihm. Also deswegen untergetaucht, er hört sich immer so an, als wäre ich einfach von der Oberfläche verschwunden. Das war aber nicht der Fall. Das war einfach nur eine Schutzmaßnahme, weil eben genau diese Angst bestand, dass genau das passiert, was eben passiert ist. Im Dezember entscheidet das Amtsgericht Stuttgart dann, die norwegische Justiz sei gar nicht zuständig, da Emils Lebensmittelpunkt sich in Deutschland befinde. Folglich solle auch der Prozess- und Sorgerecht hier stattfinden. Ein dramatischer Fall mit offenem Ausgang. Der größte Leidtragende der Geschichte scheint aber schon festzustehen. Der dreijährige Emil. Bei mir ist jetzt Angelika Schnell, Fachanwältin für Familienrecht aus Stuttgart. Schönen guten Abend. Guten Abend. Also die Behörden vermuten den Kleinen in Norwegen. Wie ist denn jetzt das weitere Vorgehen? Nun, um das weitere Vorgehen sich überlegen zu können, müssen wir erstmal von der Ausgangslage ausgehen. Ein deutsches Gericht hat entschieden, auf den Antrag des Vaters hin, dass das Kind nicht zurückzuführen ist nach Norwegen, sondern hier in Deutschland verbleiben soll, weil eben hier in Deutschland der Sorgerechtstreit geführt werden muss. Jetzt befindet sich das Kind in Norwegen, ist insofern dann also widerrechtlich jetzt nach Norwegen verbracht worden, mit der Folge, dass die Mutter ihrerseits nun den Antrag stellen muss, bei den norwegischen Behörden das Kind wieder nach Deutschland zurückzubringen. Aber die werden wahrscheinlich da nicht mitspielen, oder? Die haben ja eigentlich auch ein Urteil gefällt. Das ist richtig, aber Norwegen ist genauso wie Deutschland Mitglied des Hager-Abkommens über Kindesentführung und dort ist ganz eindeutig geregelt, dass das Kind an den Aufenthaltsort, an den gewöhnlichen Aufenthaltsort wieder zurückzubringen ist. Und der gewöhnliche Aufenthaltsort des Kindes befindet sich eben hier in Deutschland. Der Junge war anderthalb Jahre in Deutschland, hier sozial integriert und die Eltern haben gerade keine Vereinbarung dahingehend geschlossen, dass das Kind nach Norwegen zu verbringen ist, sondern eben erst mal bis zum Abschluss des Sorgerechtsverfahrens in Deutschland bleiben soll. Folglich ist der Aufenthalt in Norwegen rechtswidrig, auch wenn ein Gericht entschieden hat. Sehr kompliziert auf jeden Fall. Wie bewerten Sie denn das Verhalten der Mutter? Sie ist ja auch zeitweise mit dem Kind untergetaucht. War das so klug? Nun, was hätte sie anderes im Moment tun sollen? In dem Bericht haben wir gehört, sie war in ständigem Kontakt mit den zuständigen Behörden. Insofern denke ich, hatte sie gar keine andere Wahl, als sich so zu verhalten. Sie hat im Übrigen ja auch schon längst einen eigenen Sorgerechtsantrag vor den zuständigen Gerichten hier in Deutschland gestellt. Wie ist denn allgemein die Rechtslage bei so internationalen Sorgerechtsangelegenheiten? Die ist eigentlich relativ eindeutig, dass das Kind zunächst einmal in dem Aufenthaltsstaat bleiben soll, in dem es sich gewöhnlicherweise während des Zusammenlebens der Eltern aufgehalten hat, eben gerade um ein solches Hin und Her, wie es hier dem kleinen Emil jetzt passiert, zu vermeiden. Und die Behörden, die am nächsten, an dem Lebensmittelpunkt des Kindes sind, sollen eben entscheiden. Und das sind die Behörden oder die Gerichte, bei denen das Kind bisher gelebt hat. Und so sieht es eigentlich auch das Hager-Abkommen über Kindesentführung vor. Wer ein Kind nach widerrechtlich ins Ausland verbringt, muss es wieder zurückführen, damit im Aufenthaltsstaat entschieden werden kann. Dann hoffen wir, dass der kleine Emil bald wieder zu seiner Mutter kommt. Das hoffen wir ja. Danke für Ihre Auskünfte. Bitte sehr.